Hallo und willkommen zu einem neuen Video, zu Elden Ring. Ich habe hier eine Hütte des Künstlers gefunden. Wie nennt sich das? Hütte des Künstlers und hier ist ein Bild, das verdächtig nach Portal aussieht. Zu... Irgendwohin. Das probieren wir jetzt mal. Oh nein. Gemälde. Heimkehrer Instinkt. Äh, okay. Ich dachte, ich werde jetzt in das Bild hineingezogen. Was bedeutet dieser Flug jetzt? Oh, ich kriege jetzt mehr Erfahrung, glaube ich. Was ist denn das für ein Bild? Hier. Das Werk eines reisenden Künstlers erinnert an das gemälde Heimkehrer Instinkt. Es heißt, dass... Es heißt, dieser Maler habe Landschaften verewigt, die Sterbende in den letzten Augenblicken sahen, bevor der Tod sie umarmte. Die Seele des Malers und die Spuren seiner letzten Momente kann man heute noch entdecken, wenn man den abgebildeten Ort besucht. Dieser Ort lässt sich doch rausfinden. So ein Bogen... Da sind doch solche Bögen. Das sieht doch stark nach dieser Brücke hier aus. Mal gucken, ob ich das herausfinde und das sehen wir dann in einem späteren Video, wenn ich es denn schaffe, ne? Aber dann war es das hier in dem Fall leider schon. Ich hätte ein bisschen was mehr erwartet, aber dennoch ist es nicht uninteressant. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr mehr von solchen Sachen sehen wollt, dann lasst gerne ein Abo da. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein! Und ja, wir sehen uns im nächsten Video. 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 Vielen Dank.